Ein schöner Hund namens Rosi. Sie lebte bei ihren liebevollen Besitzern, der Familie Smith, die sie verehrten und sie wie ein Familienmitglied behandelten. Rosi war ein glücklicher Hund, der immer mit dem Schwanz wedelte und begierig darauf war zu spielen. Eines Tages bemerkten die Smiths, dass Rosi zunahm und ihr Bauch größer zu werden schien. Sie gingen davon aus, dass sie schwanger war und freuten sich auf die Welpen. Sie bereiteten ein gemütliches Bett für sie vor und warteten gespannt auf die Ankunft der neuen Familienmitglieder. Wochen vergingen, aber es gab keine Welpen. Die Smiths brachten Rosi zum Tierrats, der bestätigte, dass sie nicht schwanger war. Sie waren verwirrt und besorgt um ihre Gesundheit, also beschlossen sie, weiter zu untersuchen. Sie brachten Rosi zu einem Spezialisten, der feststellte, dass sie überhaupt nicht schwanger war, sie war einfach fettleibig. Rosi hatte zu viel gegessen und bekam nicht genug Bewegung, was dazu führte, dass sie zunahm und einen geschwollenen Bauch bekam. Die Smiths waren erleichtert, dass Rosi nicht krank war, fühlten sich jedoch schuldig, nicht realisiert zu haben, dass ihr geliebtes Haustier einfach übergewichtig war. Sie änderten sofort ihre Ernährungs- und Bewegungsroutine und brachten sie regelmäßig zu Untersuchungen, um sicherzustellen, dass sie gesund war. Im Laufe der Zeit verlor Rosi das überschüssige Gewicht und gewann ihre Energie und Verspieltheit zurück. Sie rannte und spielte mit den Kindern der Smiths, die begeistert waren, ihre geliebte Haustier wieder glücklich und gesund zu sehen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.